Okay. Hier haben wir sonst, glaube ich, gar nichts. Nein. Ganz schön merkwürdig, hier drin zu stehen ohne Probleme. Vor allem ohne irgendwas anfassen zu können. Okay, danke. Ha, hier drüben ist nur was. Okay. Nur da drüben. Wie schauen diese Giftgas-Dinge eigentlich aus? Okay, es ist so wie ein Spritzbeutel beim Backen. Aber nur, wenn es in einem luftdichten Raum abgeschossen wird. Richtig. Blöd. Wenn ich mich stark auf dem Raum zu retten, dann habe ich mich über die Welt einen Schmerz-Dinge mit dem Sparer und der Schmerz. Ich habe mich wirklich auf den Schmerz-Dinge gemacht. Ich habe diese Geräte nicht in der Schmerz-Dinge gemacht. Was ich wirklich? Ich habe sie nicht in dieser Schmerz-Dinge gemacht. Ich habe ja noch nicht in diesem Raum geflügel oder einen Schmerz-Dinge gemacht. Doch, wenn ich eine Schmerz-Dinge in der Schmerz-Dinge habe, dann wäre es so schwer. Vielleicht wusste er das gar nicht, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Oh, Rang hoch, wir könnten die Fähigkeiten noch machen. Wir könnten die Fähigkeiten noch machen. Hm. Wenn du es falsch hast, dann gehst du mit der Fähigkeiten! Die Fähigkeiten sind nicht nur für die Fähigkeiten. Wir haben jetzt keine Probleme, aber du bist nicht wirklich hier. Ja, von daher. Sonst gibt es hier, glaube ich, eh nichts zu untersuchen in dem Raum. Ja, außer den Knopf, wollt ihr noch sagen? Ja, das ist schon mal. Mein Mann, ich bin der Wunsch. Wenn ich den Wunsch und die Wunsch und die Wunsch, dann kann ich den Wunsch. Ich bin der Wunsch, aber ich bin der Wunsch. Yuma, das ist gut. Ich werde den Wunsch und die Wunsch, in der Wunsch, in der Wunsch. Ich glaube, ich habe gesagt, dass jemand von der Wunsch. Ich frage mich, ob die Leute glauben, dass wir ein Kurzzeitgedächtnis haben wie die Fubuki, dass sie diese Szenen wiederholen. Das war sie eh alles, das ist vor fünf Minuten geschehen. Naja, vielleicht ist jemand rübergerannt. Wie unangenehm. Mh. Gut. So. Entschuldigung, ich dachte wir haben schon alles angeschaut. Was fehlt denn noch? Über den Türschalter haben wir geschaut. Ah, da ist ja noch was. Na schau, das hätte ich ja fast übersehen. Sonst ist nichts. Ich überlege gerade, weil hinten wo du es aufmachen konntest, ja? Schien es aber genug Platz zu haben, dass du dich halt hineinlegst. Also der Killer hätte bis dorthin laufen können, sich dort drin verstecken können und dann warten können, bis alle weg sind und dann einfach rauslaufen. Und als er rausgekommen ist, ist er dem Chef entgegengekommen und hat ihn abgestochen. Ist nur so eine Idee. Es ist doch egal, die können dich nicht sehen. Tja. Gut. Kann ich da durch? Nein, natürlich nicht. Aber... Zwei Friedenswächter. Nein. ệger... Das ist schon ein Kind. Sein Mann ist in einem Kaubleck. Und jetzt auf das ein Blaschen-G-Water. Ich bin ja, das ist auch trottlich. Ich bin ja die Zerstörung. Und ich bin meine rote Schwerpunkte. Ich bin ja nicht Unbeinigung. Ich bin ja kein Kind für ein Blaschen-Gefund. Für Menschen ist das ein Blaschen-Gefund, oder an der losgang die Menschen noch nicht zu den Flaschen unterteilen. Ich bin ja ein Blaschen-Gefund. Wer vom Kirchen-Gefund wiederesser? Ich bin ja gut. Er ist ja, du in das Blaschen-Gefund hat mich. ich weiß ich kann mich erinnern ich brauche keine auffrischung das ist ganz praktisch für jemanden der drei monate lang nicht spielt vielleicht aber war es das noch es ist vor einer stunde oder so passiert das ist vielleicht nicht deswegen mochte er nicht den ja den makoto weil der die maske auf hatte er konnte überhaupt nicht schau Oh, intelligenter Mann. Oh, intelligenter Mann. Oh, yeah. Ja, das ist gut möglich. In den Tipps, glaube ich, steht das, dass der Killer jeden Auftrag annimmt, egal wie schwierig, solange der Auftraggeber es zahlt. Also... Gut. Ist da ein Lüftungsschacht? Oder war das von denen jetzt hier... Okay. Lebensmittelschrank. Ja, er hätte früher oder später rauskommen müssen. Hm. 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 Wie voll muss denn das gewesen sein hier, bevor es jetzt so aussah? Nein. Da monatelang drin war... Ah, er ist doch ein Lüftungsschacht. Sieh mal. Das muss ja alles vollgestopft gewesen sein. Das muss ja alles vollgestopft gewesen sein. Gut. Hm. Ist der Lüftungsschacht? Ein Armappel steht immer noch da, mit dem Arm ausgestreckt. Sorry. Hm? Was ist das? Oh, ein Fußabdruck. Ja, ein Schuhabdruck eigentlich. Entschuldigung, es ist ja nicht barfuß gewesen. Was? Warum ist das so? Hm. Also ist jemand vielleicht draufgetreten und hat ihn benutzt, um hochzuklettern? Ich weiß nicht, dass sieht eher aus, als wäre da jemand gestanden. Ein Tritt wäre wahrscheinlich eher, wenn er reingefahren wäre, so von der Seite passiert, oder? Und wenn da jemand drauf gestanden ist und dann irgendwo hochgesprungen oder keine Ahnung was, wäre der Absprung hätte den Armappel umschmeißen können, weißt? Aber es gibt ja niemand keinen Ort, wo er hinspringen hätte können oder wollen. Der Lüftungsschacht ist zu klein. Oh. Merkwürdig. Ganz komisch. Da ist nichts. Ist die Leiche? Das Notizbuch. Schauen wir uns doch mal an. Hm? 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 Ja. Ah. Hm. Hm. Ja. Hm. Hm. Ich denke, das ist das nicht so, was wir tun haben, oder? Ich denke, das ist ein Drogen. Ich denke, das ist eine Drogen. Das ist ein Drogen. Die Drogen, nicht so. Das Chemische Formel. Ich denke, es ist besser, wenn es nicht mehr so ist. Ich denke, es macht doch auch sicher, aber... Es kommt das gleiche raus. Das heißt, man muss diese Läbel nicht mal kurzem sein. Das war das gleiche. Das ist die Läbel zu zeigen, bei der es Wasser ist der Läbel. Genau, das ist ein Läbel. Dann hat der Markus einen Läbel zu zeigen, wer hat die Läbel zu zeigen? Der 2 S0-9. Aber wenn etwas Läbel zu zeigen, dann wird das Läbel und der Haut auch so aussehen. Ich kann mich auch noch nicht aussehen. Lasst ein Läbel zu zeigen, was meine Läbel und der Haut auch so aussehen? Merkwürdig. Ganz merkwürdig. Das sind so viele Bildschirme und ich habe nur ein... ...ein einziger Bildschirm für mich und der Typ hat fünf. Ja. Tragisch. So. Gut, dann bleibt nur noch die Leiche zu untersuchen. Hallo, bitte. Bitte die Leiche. Danke. Die Leiche, Messer. Mach mal einfach mal die Leiche zuerst. Rest in peace, my man. Scheiße. Wer stich denn dreimal zu und lässt dann das Messer da? Das ist irgendwie komisch, oder? Danke. Ich werde dir helfen. Ich weiß nicht. Ich will doch mal sagen. Hör mir, hör mir! Hör mir! Drei Stichwunden, ja. So, Messer, das als Mordwaffe verwendet wurde. Und da ist Fink, der Killer. Das ist F. Wahrscheinlich. Das ist F. Wahrscheinlich. Was aber so ist so. Welcher Killer beschriftet seine Werkzeuge? Na, als nächstes kommt der Killer mit seinem Lineal und schreibt auch seine Initialen drauf. Und ist so, aber Martina, du musst mir mein Lineal wiedergeben, ja. Das, da steht mein Buchstabe drauf. Okay, vielleicht hat der Killer es da gelassen, damit alle wissen, dass er es war. Vielleicht so als Visitenkarte sozusagen, kann er sein. Ah, okay, siehste. Okay, ja. Hm. Frage beantwortet. Ja, eigentlich schon. Nimm lieber nicht alles somit. Nicht alles, ja. WTF? Du solltest gar nichts mitnehmen. Die Leute kaufen die merkwürdigsten Sachen. Da gibt es ja wirklich im realen Leben Serienkiller, die Origami basteln oder was weiß ich. Und die Leute kaufen das. Und ich bin nur so, okay, ich würde mir sowas nicht ins Haus stellen wollen. Ich würde mich ein bisschen mies fühlen, aber ich halte mich da raus. Das ist ja nicht mein Geld, das da ausgegeben wird. So, ist da noch irgendwas? Nein, ich kann die Kamera nicht bewegen. Gut. Ja, wir sind dann somit fertig hier. Dann können wir ja die Ermittlungen beenden. Fertig. Ja. Ich verstehe nicht, warum er auf diesen Armabherr gestiegen ist oder ihn umgestoßen hat. Umgestoßen schon eher, aber wenn er drauf gestiegen wäre, der Killer, das verstehe ich nicht ganz. Ja, wie ist er überhaupt erst reingekommen? Beim Rauskommen ist eben meine Idee, dass er da drin gewartet hat, aber kann er auch Blödsinn sein. Aber zuerst muss er ja irgendwie reinkommen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du willst doch mit mir arbeiten, Schatz. Erzähl doch sowas nicht. Tüff, tüff, tüff. Das macht so lustige Geräusche, wenn er läuft. Ich glaube, er kann jetzt wirklich Shinigami sehen. Wir wollten gerade zurückkommen. Wir haben es, äh, wir sind fertig mit der Versuchung. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, es geht nicht so. Jude gemeinsam разрешiert. Ein Plan. Ahn! Ähm, du machst mir ein bisschen Angst gerade. Oh mein Gott, was ist denn los? Ah! Oh Gott. Ich bin gerade einen Schritt zurückgegangen, als er auf uns zugegangen ist im echten Leben. Oh mein Gott! Nein! Ah, das macht es Spaß, Rätsel zu lösen. Brauchst du eine Umarmung? Dir geht es nicht so gut. Ich denke, das ist ein Verständnis. Ähm... Ist das die Wiesperein-Welt? Wie heißt das Spiel? Du... What? Ist das? Ja! Weil alles sowieso scheiße ist, oder wenn es rauskommt, kommen halt schlimme Dinge zutage und das wird Menschen verletzen. Ich denke, es ist besser, die Wahrheit zu wissen, als mit der Frage zu leben, oh, was ist los, was wäre wenn und so, oder? Hier in dem Fall. Ich stelle mir meine Hände gerade in die Hüfte und bin so, hm. Ach, bitte. Wenn die Wahrheit die Welt zerstören würde, dann ist die Welt es nicht wert zu existieren. Ach, Sim ist die Welt sowieso schon total zerstört. Ich glaube, er hat überhaupt keine Ahnung, was er da redet. Aber was? Wovor hast du solche Angst, Vivi? Wovor fürchtest du dich so sehr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Was? Was kommt jetzt? Ein Messer! Also ein, ich weiß, ein Cutter, ja. Wie nennst du sowas? Was? Ja. 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 Es ist kein Friede und keine Ruhe gerade. Das ist eine Täuschung. Du bist derjenige, der gerade in den Spiegel schaut und nicht die Realität sehen will. Hältst du es so hin, wie so ein Ich bin schwanger, Juma Sieh auf den Strich Oder so Hier möchtest du einen Lutscheiß? Das ist zwar schon geschmolzen, aber du kannst es noch haben Ah Somebody stop him Ich bin egal, wie kannst du nichts machen? Warte kurz Wir können doch über alles reden Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein 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 Ich wäre gerade fast auf die Knie gefallen Im Echt Scheiße Oh 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 Ich glaube, es ist ein schweres Leben zu leben. Aber ich kann es nicht aus der Wahrheit aussehen. Ich kann es nicht nur mit der Krankheit sein. Aber ich kann es nicht so, dass ich es nicht so, was ich. Wenn ich mich überraschere, dann muss ich mich überraschieren. Sie leben noch, oder? Er ist nicht tot. Vivi. Nein, nein. Vivi, komm schon, du kannst nicht sowas... Du kannst mir sowas nicht sagen. Komm schon, Vivi, der ist nicht tot. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mal schauen, wir schauen uns an. Ja? 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 Mhm.